hallo meine lieben fluggäste mal wieder herzlich willkommen zu einem flug der never come back airline wie sie sehen haben sie heute freie platzwahl sie können sich also aussuchen auf welchem platz sie den letzten tag des alten jahres erleben wollen ob sie das neue dann noch erleben sei mal dahingestellt ich möchte sie trotzdem bitten sich anzuschneiden damit wir einen angenehmen start haben ich werde mich jetzt dann so langsam in die kabine verabschieden und mal den flieger startklar machen wie sie sehen fehlt halt einiges aber improvisation ist ja alles darum werden wir uns jetzt ganz gemütlich in das steuer klemmen klemmen ist wohl der richtige ausdruck hier und mal alle instrumente checken die scheint soweit noch da zu sein mal gucken ja 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 wir sind soweit die instrumente zeigen alles so gut wie nichts an also scheint alles in ordnung zu sein wir können dann mal langsam loslegen okidoki in diesem sinne bis spinneter so wo fangen wir denn an bei welchen hebelchen probieren wir einfach mal aus engine ja das hört sich ja mal gut an klappen wir mal da die engines auf feier haben wir keins nein feier aber noch nicht das brauchen wir vielleicht später ok dann machen wir mal hier den anlock den hebel nach vorne und dann schauen wir mal was die restlichen instrumente zeigen also wird alles soweit in ordnung denn im märzchen sie flipp brauchen wir heute erst später meine sauerstoffmaske ja die sollte ich vielleicht gleich mal noch nach augenblick muss ich mal ein wenig der seite räumen hier meine sauerstoffmaske dann zumindest ich im notfall noch ein wenig luft kriege wenn ihr schon keine mehr kriegt so das gas noch aufdrehen auch da ist da ist sogar noch gas drin ja wohl ja haben sie wenigstens hier für den service gesorgt gut dann wollen wir mal starten und dann heben wir schon ab ich wünsche euch allen einen recht guten flug ins neue jahr bis hoffentlich zum nächsten jahr bis dann euer andy on tour auf